Hallo Modellbahnfreunde! In den letzten Monaten hat nicht nur meine Lokfamilie der Baureihen 220 und 221, sondern auch meine 144er Zuwachs bekommen. Neben der 144 071 erhielt die 144 021 noch die DB Lackierungsvariante in Ozeanblau beige. Im Juli 1982 konnte ich sie in Lichtenfels und später in ihrem letzten Heimat-BW Würzburg fotografieren, wo sie 1984 ausgemustert wurde. Ebenfalls von Minitrix und neu auf meiner Anlage ist ein Modell der 144 185, die hier einen Nahverkehrszug aus vierachsigem Umbauwagen zieht. Die Loks der Baureihe E44 stammen aus den 1930er Jahren. Sie wurden vor Güter- und Personenzügen eingesetzt. Der Zug erreicht meinen Bahnhof Mittelstadt. Die 144 021 folgt, als der Block vor ihr freigefahren ist und das Hauptsignal die Weiterfahrt erlaubt. Im gleichen Farbkleid zeigt sich Fleischmanns 194 178 mit ihrem Kesselwagenzug. Diese Lok ist das einzige Exemplar der Baureihe 194, das in Ozeanblau beige lackiert worden ist. Sie wird auch gern Blaue Mauritius genannt. Diese Elektro-Lokomotiven wurden ab 1940 gebaut und waren für den schweren Güterzugdienst konzipiert. Im Jahr 1988 endete der Einsatz der Baureihe 194 bei der Deutschen Bundesbahn. Vor kurzem habe ich begonnen, meinen Fahrzeugpark zu altern. Dabei nutzte ich ganz verschiedene Techniken. Pan-Pastell und Mattlack, Pulver und Ölfarben und auch der gute alte Tuschgasten kamen zum Einsatz. Hier zwei Detailaufnahmen von den patinierten Kesselwagen. Fleischmanns 212 258 habe ich mit einem Glockenankermotor ausgestattet. Auch die gedeckten Wagen zeigen nun Spuren des harten Bahnalltags. Auch hier ein Detailbild eines Wagens zum Abschluss. Die Loks der Baureihen 220 und 221 habe ich ins Herz geschlossen. Die Rote 221 104 zieht Wagen aus der Montanbranche. Schienen auf einem Flachwagen, Halbzeug auf Sammswagen, Schims und Sahims haben Keul geladen und Rohre befinden sich auf K-Wagen. Die Ozeanblau-Beige 221 137 zieht einen Schwung FHL-Wagen von Minitrix, die eine deutliche Alterung bekommen haben. Diese Selbstentladewagen sind nach oben offen, haben vier Radsätze und eine Selbstentladeeinrichtung. Die Entladung erfolgt schlagartig. Große Mengen Erz, Kalk oder Kohle werden in diesen Wagen befördert. Sie laufen zumeist in Ganzzügen. Als langer Heinrich wurde ein etwa 4000 Tonnen schwerer Erzzug bezeichnet, der zwischen Nordwestdeutschland und dem Ruhrgebiet verkehrte. Links der Originalwagen, rechts gealtert, eingefüllt habe ich Echtkohle. Fleischmanns 141 237 hatte einen Motorschaden. Nun läuft sie wieder und hat eine Schwester bekommen, die 141 115 vom gleichen Hersteller. Die 141er wurden ab 1956 an die DB ausgeliefert. Sie war die leichteste Lok innerhalb des Konzepts der elektrischen Einheitslokomotiven. Über 450 Exemplare dieser für den Wendezugdienst ausgestatteten Loks wurden beschafft. Sie waren fast überall in der Bundesrepublik im Einsatz. 151 040 kompliziert meinen Bestand an schweren Güterzuglokomotiven. Sie zieht hier einen Schrottganszug. Diese EA Wagen habe ich ebenfalls gealtert und sie mit selbst gebasteltem Schrott ausgestattet. Schrott ist ein wichtiger Rohstoff. Stahlwerke und Gießereien verbrauchen jährlich weltweit etwa 650 Millionen Tonnen davon. Auch hier einige Großaufnahmen der gealterten Wagen. Machen wir wieder einen Zeitsprung in die späten 1980er Jahre. Fleischmanns 212 242 in Orientrot zieht N-Wagen in Mint-Türkis von Minitricks. Die Deutsche Bundesbahn stellte Ende 1986 ihr neues Farbkonzept vor, das mit einheitlicher Lackierung in vier verschiedenen Produktfarben die Zuggattungen erklärten. Der Intercity trug orientrot, der Interregio fernblau, der Nahverkehr Mint-Türkis und die S-Bahn Lachs Orange. Allzu lange Bestand hatte dieses Farbkonzept allerdings nicht. Auch die 110 467 von Hobbytrain entspricht mit ihrem Doppelstockzug dem damaligen Farbkonzept. Weil in diesem verspäteten Zug Reisende sitzen, die in den Intercity umsteigen wollen, erhält der Regionalzug ausnahmsweise einmal Vorrang vor dem Fernzug. Auch Fleischmanns 141 414 ist neu auf meiner Anlage und macht vor den mintgrünen Nahverkehrswagen einen guten Eindruck. Und jetzt geht's den Kaffee. Vom im Auftrag des Doppelstocks. Der Interregio darf in dieser Epoche nicht fehlen. Ende 1956 wurden die ersten Lokomotiven der damaligen Baureihe E10 an die Deutsche Bundesbahn ausgeliefert. Die ab 1968 als Baureihe 110 geführten Lokomotiven waren lange Jahre die wichtigste Lokomotivbaureihe im bundesdeutschen Schnellzugverkehr. Nach der Bahnreform wurden die Lokomotiven vor allem im Nahverkehr eingesetzt. 216 135 ist von Brava und nun auch auf meiner Anlage unterwegs. Schwieriger als die Alterung der braunen ist nach meiner Erfahrung der Umgang mit den neu roten Güterwagen. Hinten die Originalfarben, dann die ab Werk gealterten Thanos Wagen von Modellbahn Union und hier schließlich die von mir bearbeiteten Wagen. Ich nehme dabei an, dass diese TD Wagen mit Kali beladen sind. Deshalb habe ich mich mehr auf das Ausbleichen der Wagen konzentriert. Ich nehme dabei an, dass die Kali beladen sind. Detailaufnahmen diesmal bei langsamer Vorbeifahrt des Zuges. Ich nehme dabei an, dass die Kali beladen sind. Auch wenn mir noch ein Wagen fehlt, den ICE 2 zeige ich schon mal. Den 1er ICE finde ich zu lang für meine Anlage. Den 2er finde ich ganz okay. Die zweite Generation von Hochgeschwindigkeitszügen in Deutschland wurde 1996 in Betrieb genommen. Im Gegensatz zum ICE 1 ist der ICE 2 auf 6 Mittelwagen, einen Steuerwagen und einen Triebkopf begrenzt. Dieses Zugkonzept erlaubt die Kupplung zweier Züge zu einem Doppelzug. Alle ICE 2 Züge erhielten ab 2011 eine umfassende Modernisierung. 1er ICE 2 Züge 2.1 3.4